Hallo Leute, wir sind wieder im Dungeon und wenn ihr euch recht erinnert, der Dungeon sah beim letzten Mal nicht so aus. Das hat folgenden Grund. Die letzte Aufnahme, die ich gemacht habe, hat den Sound nicht mit aufgenommen, was natürlich ein richtiger Buttfick ist. Also das hat mich richtig schon angekotzt. Ich war schon in Level 2, schon ein ganzes Stück weiter. Aber da habe ich gesagt, damit ich nicht zu viel euch wegnehme, fange ich das Spiel nochmal neu an. Und was auch das Besondere an dem Spiel ist, jedes Mal, wenn man ein neues Spiel beginnt, wird ein ganz neues Dungeon editiert. Also das Spiel hat einen Level-Editor, die Dungeons sehen immer anders aus. Ich bin hier unten, erster Level, ich habe den ersten Stockwerk, jetzt habe ich es aber auch auf die Reihe gekriegt, habe den mal so halb durchgemacht. Was natürlich jetzt ein bisschen doof ist, dass ich schon ein paar Level höher bin. Das heißt, ich bin eigentlich relativ gesehen overpowered für dieses Stockwerk. Habe auch ein paar Bücher gefunden noch. Bisschen was in der Stadt, ich glaube bessere Ausgaben habe ich mir nicht gekauft gehabt. Nein. Aber natürlich ein bisschen mehr Geld, also von allem ein bisschen mehr, von allem ein bisschen besser. Gar so viel ist nicht passiert, aber es kotzt halt böse an, wenn man sich denkt, ey, komm, nimm mal eine Folge auf. Deine Zuschauer verlangen was von dir und dann BAM! In your face! Ich habe den Sound nicht wieder aufgenommen. Warum? Das kann ich dir leider nicht sagen. Die letzten zwei Folgen hat jetzt wunderbar geklappt, aber diesmal habe ich mir gedacht, ich pisse dir ans Bein. Ach ja, manchmal ist das doch einfach wunderschön. Naja, nicht drüber aufregen. Einfach so tun, als wäre es nie passiert. Hallo, ich bin Diablo 2X, wir haben uns noch nicht kennengelernt. Wie heißt ihr denn? So. Einfach, einfach so tun, als wäre nie was passiert. Wir kennen uns gar nicht, das ist mein komplett neues Projekt, das hier ist Folge 1 sozusagen. Nein, ist das nicht. Ach, fuck! Fuck, schaut es euch einfach an und denkt nicht drüber nach, was ihr nicht sagt. Firebolt. Ich könnte mal langsam anfangen, ein bisschen mehr auf Magie zu gehen. Was haben wir hier? Book of Healing. Ich habe jetzt so viele Scheißbücher. Ich muss meinen ganzen Schriftrollen loswerden. Oh, mein Gott! So viele Scheißbücher und kann sie alle nicht einsetzen. Da ist es natürlich praktisch, wenn man jetzt der Zauberer wäre. Also wie schon gesagt, für den Krieger ist Magie eigentlich recht unwichtig. Ich würde nur gerne 2-3 Zauber haben. Heilung, das Stadtportal und den Holy Bolt. Der ist gegen Skelette extrem effektiv. Also, mal schauen. Ach ja, was ich euch noch gar nicht gesagt habe, ne? Ähm, guck mal. Man kann Türen öffnen und schließen. Das ist insofern wichtig, ähm, weil... Wenn ihr mal auf der Flucht seid und denkt euch schon, oh, Scheiß, ich werde nicht entkommen. Einfach die Tür schließen. Ähm, im zweiten Teil haben die das, glaube ich, geändert. Also es gibt, im zweiten Teil bin ich mir ziemlich sicher, Monster, die können die Türen öffnen. Also es sind so richtige Wichser. Denken sich, oh, 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 Türklinkl, runterdrücken. So, ich bin jetzt erstmal in Stockwerk 2 gegangen. Also es ist... Ah, ich gehe jetzt erstmal in die Stadt, ne? Und ich zeige euch mal ein bisschen was. So, das ist ein Stadtportal. Wir gehen durch das Stadtportal. Wir sehen den Ladescreen vom Stadtportal. Wir sind durch das Stadtportal gegangen. Ich rede zu viel. Da oben habe ich jetzt mal all meine Bücher gelagert. Wozu jetzt auch noch die anderen kommen werden. Oh mein Gott. Also ich werde wahrscheinlich ein paar davon verkaufen müssen. Äh, Mana brauche ich jetzt noch nicht. Ähm, aber ich habe mir gedacht, die großen Mana-Tränke sammle ich mal auch. Die kleinen bringen beim Krieger eigentlich überhaupt nichts. Das kann man in die Tonne treten. Warte mal, habe ich nicht ein Gegenstand? Nein. Verkaufen wir das? Das, äh, reparieren wir alles? Okay. Ja, was ich noch gar nicht gesagt habe, beim Griswold, beim Schmied hier, kann man sich auch, äh, Premium-Items kaufen. Die sind halt alle verzaubert, haben alle einen besonderen Effekt. 13% Feuerresistenz, hohe Haltbarkeit. Ähm, plus 15 Mana, plus 6 Stärke. Solche Dinge halt. Sind halt extrem teuer. Ob die was bringen, kann man drüber streiten. Aber, warum auch nicht? Die Identify, Identify, Town Portal. Und wieder runter, habe ich ein Leben verloren. Ach, scheiß drauf. Dauert alles viel zu lang. Ihr wollt mich kämpfen und sterben sehen, nicht wahr? Rahaha. Okay. Ähm, Death of Firewall. So, jetzt haben wir ja wieder das wunderschöne Problem. Ähm, der Gegenstand ist nicht identifiziert. Das ist ein magischer Gegenstand. So, wir können das, den Gegenstand natürlich jetzt identifizieren. Es gibt nur in diesem Spiel das Problem. Manchmal sind die dann viel schlechter, als die zuvor waren. Probieren wir es mal. Extra Charges. Okay, das heißt, ich könnte mit dem öfter zaubern. Aber manchmal sind auch solche Dinge wie, ähm, wenn du diesen Gegenstand trägst, verlierst du pro Minute 500 Gold, oder so eine Scheiße. Also das haben sie dann im zweiten Teil doch wesentlich verbessert, dass sie gesagt haben, ähm, es, wenn ein Gegenstand magisch ist, dann bringt er auch Vorteile. Auch wenn sie nicht immer groß sind, aber er bringt definitiv keinen Nachteil. Das ist in dem Spiel hier anders. Da gibst du deine 100 Gold aus, damit der Gegenstand identifiziert wird, und dann ist es einfach eine derbescheiße, die du da bekommen hast. Eine richtig derbescheiße. Und ich kämpfe hier an der Tür. Und er kommt da von hinten. Oh Gott. Diese Goblins, Gnolle, Gnome, was das auch immer sein sollen, ähm, die treten eigentlich nur in Gruppen auf. Da kann man sich ja so, die gehen nur sehr, sehr selten allein auf einen zu. Ihr seht auch, da sind jetzt auch Rote von diesen Devilkins dabei. Also, ähm, das heißt, die Gegner werden auch immer stärker. Das ist quasi eine neue Gegnerart. Es sind noch ein paar alte dabei. Die variieren einfach ein bisschen mit den Farben rum. Und ich hoffe, dass dieses Mal der Sound dabei ist. Sonst bin ich angekotzt. Äh, was gibt's hier? Skelette. Aber da liegt ein Schwert rum. Und es ist, wenn den, wenn Gegenstände einfach so auf dem Boden liegen, sind sie meistens magisch. Und ich hatte recht. Liegt hier noch was rum? Oh, da ist eine Tür. Ja, gut, hätte ich auch auf der Karte sehen können. Ähm, also mein Tipp, bevor ihr einen Gegenstand identifiziert, speichert. Ähm, wenn der Gegenstand dann scheiße ist und ihr völlig umsonst eine Schriftrolle verbraucht habt oder in der Stadt identifizieren lassen habt, äh, könnt ihr euch wenigstens das Geld sparen. So, ich speichere jetzt mal. Ich sag's euch, wenn ich speichere, ist es, ist es besiegelt, dass der Sound nicht aufgenommen wird. Und ich hab wieder die gleiche Scheiße. Egal. Ähm, also, ich hab noch eine Rolle des Identifizierens. Plus 20 Lichtrate. Ich kann's mal kurz zeigen. Ist wieder ein bisschen heller. Ähm, ist ganz nett, aber nicht notwendig. So, und jetzt schau ich mal. Charakterwerte. Ähm, ah, okay, ich hab nen Manaschild, wenn ich das richtig seh. Diese Kugel über meinem Kopf bedeutet, dass ich jetzt keinen Schaden bekomme, solange ich Mana habe. Weiß jetzt aber nicht, wie lange der hält. Ich kann's mal kurz demonstrieren lassen. Komm, greif mich an. Seht ihr? Mein Mana wird abgezogen. Nicht mein Leben. Äh, Charge Bolt. Ach ja, was ich noch nicht gezeigt hab, hier werden alle Zauber aufgelistet, die man haben kann. Von Level 1 bis Level 4. Ich werd wahrscheinlich Bruchteil davon haben, höchstens. In Hellfire wurde dann noch ne fünfte Sparte dazu gemacht. Also, das ist ja jetzt noch mehr Zauber. Ich weiß nicht, also, es gibt ein paar richtig geile Zauber, aber es gibt auch ein paar dämliche Zauber. Ah, und wieder was Neues, was ich euch gleich zeigen kann. Ähm, ihr seht, dass eines der Skelette, also, ich geh gleich mal hin, so einen Schein um sich hat. Na komm, zeig dich. Zeig dich. Da. Das heißt, es ist ein, es ist ein kleinerer Boss, sagen wir es mal so, quasi der Anführer von denen. Die, die halten in der Regel viel, viel mehr aus. Wow. Wow, erst mal, oh Gott, erst mal ein Stück zurück. Ich will erst mal die anderen weg haben. So. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich einen Trank eingesetzt habe. Also, wie schon gesagt, der hält viel mehr aus, gibt aber auch in der Regel einen magischen Gegenstand, der meistens nicht ganz scheiße ist. So, einen magischen Dolch, großartig, nicht? Einen Dolch, das ist das, was ich immer mal haben wollte. Schauen wir, was er ist. Nox Target Bag, das heißt, er hat einen kleinen Rückstoß. Ich habe mal eine Schriftrolle der Heilung verwendet. Kisten, die explodieren, wie sinnvoll. Was ist hier drin? Firewall. Haha, ich habe eine Firewall. So. Warum verstecken sich Skelette in diesen, in diesen Särgen? Was erwarten die? Dass da wirklich jemand nachschaut, okay, ich tue es, ich gebe es zu, aber, ach, das macht doch keinen Sinn. Ähm, zweiter Stockwerk. Ja. Äh, Einige von euch werden bestimmt wissen, was das heißt, was es im zweiten Stockwerk Schönes gibt, beziehungsweise nicht schön, eher blutig und ekelhaft. Der Metzger. Gut, ich hab jetzt ein bisschen gespoilert, das tut mir leid, aber... Also ein fieser, dicker Dämon wartet hier auf mich. Äh... Was ich auch hasse, dass es kein automatisches Dingssystem gibt. Okay, ich muss zurück. Ich kann das nicht nutzen, ja. So, nur ein bisschen angeordnet. Also wie schon gesagt, für den Krieger lohnt es sich eigentlich absolut nicht, äh, kleine Mana-Tränke zu verwenden, das ist bescheuert. So, die Dinger kann ich hier gut verkaufen. Reparieren alles. Einfach Enter gedrückt halten. Wow, fuck, ich hab den, ich hab den Stab mit repariert. Naja, egal. Gibt es irgendwas Gutes, was ich kaufen kann? Den Warhammer könnte ich mir kaufen. Fünf bis neun, das ist eigentlich ganz gut. Axt kaufe ich mir nicht, weil die grundsätzlich Zweihänder ist. Ähm, ja, warum eigentlich nicht? Fünf bis neun. Ist ein bisschen besser. Es sieht auch anders aus. Ach ja, manche Ausrüstung kann man ganz gut sehen in dem Spiel. Bei Deckard Cain, falls ich es noch nicht erwähnt habe, kann man seine Gegenstände identifizieren kann. Äh, kann man identifizieren. Äh, jetzt noch die Bücher ablegen, den Stab verkaufen. Ähm, und dann ist die Zeit einfach fast schon wieder rum. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Das macht mir gerade richtig Spaß. Ach ja, und noch eine Sache, die ich entdeckt habe, die ich euch unbedingt zeigen muss. Ich hab ein bisschen rumprobiert, bis es geklappt hat. Er sagt was zu den Kühen. Yep, that's a cow, alright. Ach, großartig. Dass, 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 dass Blazard so eine dumme Scheiße einbaut. Dass Blazard ernsthaft damit rechnet, dass, dass irgendein Spast hingeht und die Kühe siebenmal anklickt. Ich find das einfach stinkend genial. Wow, ich krieg richtig viel Geld dafür. Ähm, Healing, Scroll of Healing verkauf ich mal. Und ich kaufe mir noch eine neue Stadtportalrolle und... Ja, das passt erstmal so. Äh, zwei Minuten. Okay, ich geh noch zurück. In Hellfire haben die einen Farmer noch dazu gebaut. Ähm, der steht dann hier. Der sagt, ich bewach die Kühe, bla bla bla, ich bin der Farmer hier. Und dann gibt es noch ein... Patch, ein Mod, ich weiß nicht genau, wie ich's nennen soll. Da hat der Farmer ein Kuhkostüm an. Und es ist so großartig. Und dann sprichst du den anderen und sagt er so... Moe. I said Moe. Look, I'm a cow already. Ja, das ist so klasse. Also, was ne Scheiße blizzert sich manchmal ausdenkt. Das ist wie mit Warcraft. Wenn du die ganze Zeit auf eine Einheit klickst, bis sie irgendwas anderes sagt. Und anfing zu furzen, zu grunzen oder sonst was. Ich weiß nicht. Also, Blizzard ist schon ne Geniestreichfirma. Also, was die sich manchmal ausdenken. Die haben so einen coolen Humor, finde ich. Ach, ich mach jetzt noch hier den Raum fertig. Falls ich's schaffen sollte. Ansonsten gibt's einen total harten Schnitt mittendrin. Okay. Ach, rennt doch nicht immer von mir weg. Oh, 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 oh. Den Gnom. Mach mal den noch fertig. 30 Sekunden. Oh Gott. Komm her, Gnom. Komm her. Bam. Ein Buch. Naja. Kann man auch als... Noch... Alter, okay. Ich muss... Ich muss... Oh fuck. Warte auf, jetzt zeig ich euch den Megatrick. Jetzt zeig ich euch den Megatrick. Da ist die Tür. Da ist die Tür. So. Okay, das war's für diese Folge. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.